Das! Und nur das ist dein Platz! Wenn du lieber woandersitzen würdest, Pech gehabt! Du wirst deinen Arsch hier so schnell nicht in der Hof kriegen! Und wenn doch, dann bin ich unter ziemlich großen Anstimmungen. Solltest du aufholen? Dann wird dich ein Leben lang das Gefühl begleiten, nicht das Recht dazu gehabt zu haben. Deine ehemaligen Sitznachbarn werden dich anfallen. Sie werden dir vorwerfen, etwas Besseres sein zu wollen. Du wirst dich als Verräterin fühlen. Und ständig wirst du glauben, dass du reich bist. Wenn ich dir das bestimmt... Jetzt! Aufliegen! Eine gute Wahl! Und denkst du uns noch eine Flasche von dem Rosé? Fügung! Natur! Glück! Ich bin sie hier! Vielleicht! Spiegeln wir Platzanweisinnen? Die sich erst materialisierten in dem Moment, in dem hier ein Platz zugewiesen wurde! Ich muss jetzt los, komm ich noch mal besuchen und wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Du zumfst. Ich bin aber Satz. Ich bin enorme und sperr ran. Ich bin ich nicht wie seit ihr, die história史 zerfussiert. Dörer bringen Sie das Wasser umbelastet.